Das habe ich schon... Glück gehabt. Wirklich einen Millimeter dran vorbeigerutscht. Oh, shit! Hau ab, Fabian! Ich bin aber in dem Moment hochgesprungen, ne? Ah, geil, ja! Was hast du nichts Besseres zu tun? Oh, Alter! Oh, mein Gott! Glück gehabt! Wenn da die scheiß Karre gepanzert ist! Ja, du mich aber auch! Hallo! Kann ich auch rein? Oh, Mann! Hä 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 hä! Warum? Hä 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 hä? Wirklich. Wirklich. Vielen Dank. oben bist du ja erwischt ja ich stand oben auf der brücke die ganze zeit ich hab ich habe immer nach unten geguckt eine autobahn weil die babys auto nicht meins ich habe mir eine glücke oder jetzt kann ich auch die autos leisten das hätte ich euch nicht gekriegt sie schon wieder kopf geschaffen wir schon keine mission wenn wir es wieder ein bisschen eskaliert hier gerade ich habe eh keine mission mehr zu dreifach bringen war das alle ja zumindest die die zu viert gehen alle anderen sind nur zwei mit spieler oder machen wir heute wieder mal eine kleine eskalationsfolge wass up pal give me a shout when you've made your mind up merriweather security consulting how can i help die das ist nicht ein Problem es ist es ist es ist es ist es es ist es 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 un wenn ich frisst dann leben an mich okay doppelg Das ist der Versuch. Das ist der Versuch. Noch erwischt, aber dein Auto habe ich noch mitgenommen. Ja, mit der scheiß Rot, weißt du? Das ist der Versuch. Das ist der Versuch. Das ist der Versuch. Da konnte ich auch keine mehr rufen. Da stand deine Arme drücken, wenn ich bin und ich kann nichts mehr sagen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. ist bestimmt der marcus der wollte mich auch heute auch mal fremde männer zu dir schicken auch da ist keine Wieder oben auf dem scheiß Dachcamp, ey. Ja, nutzschlag, hör auf, ey. Ich hab dich voll getroffen, jetzt bist du nicht gestorben. Weiß ich nicht. Was? Alter, du hast einen Headshot gekriegt. Du hast einen Headshot gekriegt, warum stirbst du nicht? Ich hab dich voll getroffen, ich hab dich voll getroffen. Ich habe den Scheiß Bob-Obschicht gekriegt. Ich wollte eigentlich schön auf Farben mit dem Ding. Und irgendwann haben sie nur noch ihr Ziel erreicht. Alter, was überlebst du? Du hast so scheiß Rakete abgekriegt gerade. Du hast gerade eine Kacke Rakete ins Gesicht gekriegt. Wie überlebst du das, jedes Mal? Ein Headshot, Rakete, immer lebt ja alles. Das frage ich, die wollen auch jedes Mal. Du kriegst dich über einen Cheater auf einen Cheater selber. So, du kannst mich jetzt mal kreuz, weil ich komme nicht mehr raus, ey. Habe ich schon Gottloot? Dann komme ich da suchen, ey. Wo kommst du nicht mehr raus? So, ich geh jetzt rein und ihr müsst mich jetzt suchen gehen, so. Bleib jetzt hier drin. So. So könnte mir auch nicht mehr schaden. Ach, abwarten, gehen wir schon mal hin. Das will ich jetzt sehen. Ach, das war nicht drin. Schade. Okay. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! This is the inner TD! Close and stop the door! If you don't stop the door, you're gonna have trouble! We'll stand up to me and guard your cops! Name! Fire! You'll probably get the fire? Right then? Sorry! Oh, shit! Oh, shit! I'm gonna get here. Get out of here! Ich bin unverwundbar, wer hat denn das? Hey, it's your friend. Randy's looking for you. Wenn du mein Auto brauchst, kannst du mir hier in der Nähe oder was? Wie Markus der Sieger seit hier rumschießt. Aber ich kann dich rumbringen. Hey. Hat sie bestimmt irgendwo so Glitch genutzt oder sowas, wo sie in der Wand sitzt. Ja. 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 auf dem baum oder so rockt die m baum drin ich wollte ja auch in diesen geheimnisvollen baum rein unser geheimnisvoller baum soll eigentlich in dich aber egal selbst blütscheier steht hier vor und krieg mich nicht gefallen ich bin nicht auf dem baum ich bin ja so viel zum thema und verwundbar strenner strenner wird zu sagen er bringt aber jetzt wurde die kopf das ist mal bitte kurz gucken wie dieser glitt ja mehr oder weniger funktioniert ist ja jetzt keiner wo es irgendwie durch den wo jetzt keiner vom spiel durch geschadet wird ist eigentlich sehr witzig dann haben wir noch mal ein kleines easter egg zum das ist in meinem baum hin da drüben komm mal bitte raus und zeig mal wie das funktioniert ich bin ja gerade draußen marcus hat mich doch umgebracht du hättest auch nicht jeder hat mir ein kumpel gibt sie hat mir ein kumpel gezeigt von mir letzten seiten wir müssen eine gewisse stelle hier finden dieses jahr irgendwie hier an der ecke und einfach springen genau und dann klettert er so hoch und dann bist du im baum drin so darf ich acht geben mir die kopf jetzt schon wieder auf dieser reise du läufst gegen den baum der warte mal warte siehst du das doch ich sehe es ich bin eben im baum bumsen im baum bumsen im baum guck mal da springt irgendeine große verrückte gegen so ein baum ah 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 wo muss er denn dagegen da wo die blutspur ist wo der typ da steht da muss irgendwo gegen springen hier drüben hier ah noch ein kleines easter egg noch ein kleines ding zum ende das wusste ich gerade auch nicht aber gut gemacht gut gemacht gut gemacht ich werde wieder rausreden Nöp. Einfach so rausrennen. Jo, das war's dann mal wieder bei uns mit GTA. In der nächsten Folge vielleicht wieder mit Rico mit dabei. Gucken. Oh, schüss, dir nicht auf mich hier. Sie hängt mich. Yay! Und damit endet unser heutiges Abenteuer. Auf Wiedersehen. Genau. So, na dann. Bis dahin. Wie der nicht gegangen ist, weißt du? Nöp. Ich muss jetzt auch gehen. Ich muss jetzt anfangen zu kochen. Jawohl. Voll gerne. Okay. 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 Sure. No. Okay.